In diesem Video werde ich den Ablauf erklären und ein paar kleine Tipps geben für die mündliche Abiturprüfung im Basisfach Mathematik ab 2021. Ein kleiner Hinweis noch bevor wir loslegen. Am Ende dieses Videos im Abspann findet ihr entsprechende Playlists mit vielen Tutorials und Beispielaufgaben zu allen hier in diesem Video angesprochenen Themen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es für die Abiturprüfung genau drei große Themengebiete, die von Bedeutung sind. In erster Reihe natürlich Analysis, dann analytische Geometrie oder Vektorgeometrie und Stochastik. Als erstes schauen wir uns natürlich den Aufbau der Prüfung an. Die Prüfung ist eigentlich in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 ist ein Vortrag, was der Schüler vor dem Prüfer erhalten muss. Und Teil 2 ist ein Gespräch zwischen Schüler und Prüfer. Als erstes schauen wir uns natürlich genauer an, wie Teil 1 abläuft. Für den Anfang bekommt ihr von den Prüfern eine Aufgabe mit mehreren Teilaufgaben und ihr habt 20 Minuten Zeit, diese zu bearbeiten bzw. für euren Vortrag vorzubereiten. Danach folgt der 10-minütige Vortrag. Hier müsst ihr in der Lage sein, euren Aufschrift zu visualisieren. Aber keine Sorge, ihr müsst an dieser Stelle keinen Tafelaufschrift machen. Für gewöhnlich erfolgt das mit Hilfe einer Kamera beispielsweise. Während dieses Vortrags ist es eigentlich vorgesehen, dass ihr nicht von dem Prüfer unterbrochen werdet. Und auch wenn bei der Vorbereitung der Aufgaben Hilfsmittel wie Taschenrechner oder Merkhilfe erraubt waren, sind sie während des Vortrags nicht. Teil 2 dauert in der Regel 10 Minuten und an dieser Stelle bekommt ihr vor dem Prüfer, abhängig davon in welchem Themengebiet ihr landet, zum Beispiel eine Analyse, den Graph von einer Funktion, bei der Vektorgeometrie eine Figur oder im Bereich der Stochastik beispielsweise das Netz eines Würfels. Bezogen auf diese Abbildung musst ihr dann verschiedene Fragen beantworten bzw. Arbeitsaufträge erfüllen. In der Regel sind in diesem Teil keine Hilfsmittel erlaubt und die meisten Fragen beziehen sich auf den anwendungsorientierten Bereich. Als nächstes wollen wir natürlich klären, welche zwei von den drei Themengebieten in der Prüfung vorkommen können. Ja, ihr habt richtig gehört, obwohl zum Lehrstoff drei große Themengebiete gehören. In der Prüfung können allerdings nun zwei von dieser drei geprüft werden. Wenn zum Beispiel Analysis im Teil 1 vorkommt, dann kann Teil 2 entweder Vektorgeometrie sein oder Stochastik. Andersrum, wenn zum Beispiel im Teil 1 Vektorgeometrie vorkommt, dann muss oder wird Teil 2 Analysis sein bzw. wenn Teil 1 Stochastik ist, dann wird Teil 2 ebenfalls Analysis. Kurz gesagt, Analysis muss immer vorkommen. Weil beide Prüfungsteile zeitlich ziemlich angespannt sind, ist es natürlich von großer Bedeutung, dass ihr bei den Aufgaben bzw. Fragestellungen das Ganze richtig versteht und erkennt, was von euch erwartet wird. Aus diesem Grund wiederholen wir jetzt kurz vor dem Ende die wichtigsten Schlüsselwörter, was ihr in dieser Aufgaben bzw. Fragestellung finden könntet. Wenn zum Beispiel in der Fragestellung solche Formulierungen wie geben Sie an oder nennen Sie vorkommen, bedeutet das, dass kein Ansatz oder Begründung notwendig ist. Eine richtig formulierte Antwort reicht an dieser Stelle absolut aus. Bei begründen Sie, weisen Sie nach oder zeigen Sie. Es wird von euch eine Begründung für die Aussage erwartet. Diese Begründung erfolgt meistens anhand einer Abbildung. Wenn in der Aufgabenstellung die Formulierung beschreiben Sie vorkommt, dann müsst ihr keine Begründung für eure Aussage liefern. Es reicht, wenn ihr das Ganze anhand von beispielsweise Abbildung beschreibt. Bei berechnen Sie wird es natürlich von euch erwartet, ein rechnischer und nachvollziehbarer Lösungsweg zu präsentieren. In Bezug auf Arbeitsaufträge wie Skizzieren Sie, da reicht natürlich eine grobe Beschreibung der Sachsituation, wie zum Beispiel eine grobe Skizze einer Funktion. Beim Zeichnen Sie, was zugegeben ein bisschen seltener vorkommen könnte bei mündlichen Prüfungen, ist dagegen eine möglichst genaue Darstellung erwartet. Das bedeutet, wenn wir jetzt das Schaubild einer Funktion darstellen müssen, müssen wenigstens die ganzen markanten Punkte wie Schnittpunkte mit dem Achsen, Extrempunkte und Wendepunkte genau eingetragen werden. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Video eine kleine Übersicht über den Ablauf der Prüfung vermitteln könnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg. Ich möchte euch diese Kurze in den Ablauf der Prüfung ausprobungen über den Ablauf der Prüfung und den Ablauf der Prüfung um